Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Servus liebe Zuschauer. Ich bin Benno Zierer und freue mich am meisten darauf, mit meiner ganzen Familie, mit meinen fünf Söhnen, ihren Frauen und Freundinnen und mit meinen Enkelkindern zusammensitzen zu können. In einem der gemütlichen Wirtshäuser in Freising oder in einem der schönen Biergärten der Region. Außerdem steht in der Familie eine Hochzeit an. Die möchten wir gerne richtig feiern. Ich freue mich auch darauf, bald wieder Leben in unseren Innenstädten zu sehen. Dass die Menschen einen Einkaufsbummel machen können und danach im Café sich treffen. Es muss wieder so viel Normalität wie möglich einkehren. In allen Bereichen. Das wünsche ich mir und wünsche ich euch. Und was ihr euch trotzdem noch dazu wünscht, schreibt mir doch unten ins Kommentarfeld rein. Danke für die Aufmerksamkeit und bleibt gesund für Teil.